Boost Your Dreams Der ProSiebenSat.1 Accelerator ist ein dreimonatiges internationales Förderprogramm für Start-ups. Wir lieben Start-ups und möchten die Gründerkultur stärken. Wir bieten deshalb jungen Unternehmen aus der ganzen Welt 25.000 Euro Startkapital. Dazu gibt's Coaching und Mentoring mit hochkarätigen Experten und Bürofläche in München oder Berlin. Die zusätzliche Chance auf Millionen Euro TV-Werbebudget machen den ProSiebenSat.1 Accelerator einzigartig. Wir unterstützen seit zwei Jahren Start-ups und erhalten über 700 Bewerbungen im Jahr, haben über 150 Mentoren und halten 26 Beteiligungen, die Millionen Euro Anschlussfinanzierungen erhalten haben. Der ProSiebenSat.1 Accelerator ist eines der führenden Accelerator-Programme in Europa. Wir nehmen nur die besten Start-ups auf. Wir haben eine Aufnahmequote von unter 2%. Deshalb freuen wir uns, zwei Teams exklusiv auf Companisto, der führenden Crowd-Investing-Plattform, präsentieren zu dürfen. Die Teams sind Jamie Jacobs, eine Plattform für individualisierbare und maßgefertigte Lederprodukte. Und Pablo & Paul, eine Plattform für exklusive und erschwingliche Kunst. Nutzt die einzigartige Möglichkeit, in diese aufstehenden Start-ups zu investieren, die von ProSiebenSat.1 im internationalen Wachstum unterstützt werden. Profitiert schnell und einfach vom Erfolg dieser Start-ups und helft dabei innovativen Gründern. Boost your dreams.